Ja, ich glaube, dass da Haarspray dran ist und Rix. Schau mal. Oh ja, ich glaube, das ist Blei. Ich glaube, du blutest auch ein bisschen. Ja, das ist Glas. Wo zur Hölle hast du das denn her? Vom alten botanischen Garten von so einem Afrikaner. Ist doch egal. Egal? Wenn du das so raufst, dann pustest du deine Lunge in kleinen Stückchen aus. Was sollen die denn machen, als es zu strecken? Die brauchen nur mal jeden Euro, um zu überleben. Na, was denn nun? Warte mal. Das funktioniert so immer nicht. Der Schraubenzieher ist zu klein. Und wieso fällt dir das erst jetzt auf? Weil ich aus einem sehr ineffizienten Land komme. Du hast einfach nicht das Recht, dich über einen Mann aufzuregen, der sein Leben riskiert hat, indem er in so einem überfüllten Schlauchboot übers Meer schippert, nur um da zu leben, wo du schon bist? Ich geh' und hol' anderes Werkzeug. Brigitte, bist du mal so nett und hältst hier. Bitte. Ja, dann geht's. Tschüss.